Und nochmal geht es um den Einheitskreis. Dieses Mal wollen wir dem Sinus und dem Cosinus auf die Schliche kommen. Bei denen können wir sogar noch etwas tollere Aussagen machen. Und ich glaube, es ist auch leichter zu verstehen, weil dieses Mal kein direkter Zusammenhang mit der Steigung stattfindet, so wie es beim Tangens noch der Fall war. Ja, wenn ich hier den Sinus von Alpha aufstelle, muss ich kurz im Hinterkopf behalten, ja, das ist die Gegenkathete durch die Hypotenuse. Also Y und, ja, die Hypotenuse hier kennen wir nicht, also das haben wir, Ankathete haben wir noch X genannt, aber die Hypotenuse ist eigentlich relativ einfach, denn wir sind hier im Einheitskreis, das heißt, das hier ist nichts anderes als der Radius im Einheitskreis, also muss der Radius ein Zentimeter, beziehungsweise ein Einheit groß sein. Bei mir sind es natürlich ein paar mehr Zentimeter, es geht hier um die Einheit. Also kann ich den Sinus von Alpha darstellen als Y durch 1 oder eben auch gleich als Y. Das heißt, diese Strecke hier können wir uns am Einheitskreis symbolisch für Sinus Alpha überlegen und dann können wir uns nämlich tolle Sachen überlegen. Wenn ich hier beim Punkt P bin, dann ist der Sinus Alpha in dem Fall 0,8. Je weiter ich raufgehe, desto länger wird doch diese Strecke, bis sie 1 wird. Also ist das Maximum, was der Sinus Alpha werden kann, 1. Danach geht es wieder runter bis auf 0. Dort unten wird der Sinus Alpha dann negativ, denn diese Strecke zeigt er jetzt nach unten. Also bis sie bei minus 1 ist und wenn es dann wieder hoch geht, geht es wieder Richtung 0. Also ist der Sinus von 0 Grad auch 0. Was uns das sagt, der Sinus Alpha bewegt sich im Intervall von minus 1 bis 1. Das heißt, egal welchen Winkel ihr da einsetzt für Alpha, es wird immer ein Ergebnis zwischen minus 1 und 1 rauskommen. Nun kommen wir eben dem Sinus schon etwas näher, denn das sagt uns ja, welcher Wertebereich da am Schluss rauskommt. Beim Kosinus ist es ähnlich, nur dass es eben jetzt die Antkathete ist, x durch 1 und damit ist der Kosinus Alpha immer diese Strecke. Fangen wir also wieder beim Punkt P hier bei 0 an. Dann wäre nämlich der Kosinus von Alpha gleich 1, denn diese Strecke ist gleich 1. Wenn ich weiter raufgehe, verkürzt sich die Strecke immer mehr, das muss man sich hier vorstellen. Und wenn ich hier oben bin, ist natürlich der x-Abschnitt hier 0. Ja, weil es keine Strecke mehr gibt. Je weiter ich hier wieder runtergehe, desto negativer wird er, denn er zeigt jetzt auch die andere Seite. Hier ist er dann minus 1, dort ist er immer noch negativ, negativ wird aber wieder zu 0, denn hier ist die Strecke wieder 0. Und auf der Seite wird das Ganze wieder positiv. So, und diese Zusammenhänge können wir auch noch in einer Formel darstellen. Sinus Alpha und Kosinus Alpha und das Ganze jetzt noch auf der anderen Seite. Wie ihr ja schon wisst, können wir den Winkel hier darstellen mit Sinus 180 Grad minus Alpha. Also, wenn wir den hier wollen, müssen wir 180 Grad minus den hier nehmen. So, das ist also nichts anderes als eine Veranschaulichung, dass wir hier im zweiten Quadranten sind. Und da gilt natürlich, dass der Sinus Alpha das gleiche ist. Also, das heißt, wenn ich diesen Punkt hier zeichne oder eben diesen, kommt genau dasselbe Sinus Alpha raus. Ist ja auch klar, die Strecke und die Strecke sind A gleich lang und zeigen dann auch noch in dieselbe Richtung. Anders ist es ein bisschen beim Kosinus Alpha. Wenn ich hier jetzt diesen 180 Grad minus Alpha, also den da betrachte auf der Seite, dann hat sich das Vorzeichen geändert. Hier war der Kosinus Alpha 0,6 und auf der Seite ist es minus 0,6. Also, heißt diese Formel nichts anderes, als dass, wenn wir im zweiten Quadranten sind, der Kosinus von Alpha minus ist, also negativ ist. Aussagen können wir natürlich auch machen über den vierten Quadranten. Wenn ich meinen Winkel quasi ins Negative drehe, also zum Beispiel den Sinus von minus Alpha, wenn ich hier runtergehe, dann bleibt der Sinus von minus Alpha nicht gleich, sondern der geht nach unten. Er hat zwar immer noch dieselben Betrag, also dieselbe Länge, aber er ist jetzt negativ. Also hier waren es 0,6 positiv, jetzt geht es nach unten, minus 0,6. Im Vergleich dazu ändert sich der Kosinus aber nicht, denn der Kosinus bleibt hier positiv. Das sind die vier Formeln, die man da aufstellen kann. Ein bisschen einfacher tut man sich, wenn wir uns das wie folgt anschauen. Der Kosinus ist hier positiv, ist klar. Diese Strecke ist positiv, solange sich sie bewegt, zwischen 0 und 1. Dann da drüben wird es negativ, weil diese Strecke jetzt darüber wandert. Das haben wir gerade gesehen. In dem Bereich da unten wird es auch negativ, weil die Strecke immer noch hier ist. Und in dem Bereich hier ist es wieder positiv, weil die Strecke wieder da ist. Sinus ist das Gleiche, nur jetzt eben müssen wir diese Strecke anschauen. Die ist beim ersten und zweiten Quadranten positiv. Und dann geht sie nach unten, dann geht diese Strecke, wenn wir den Punkt P hier hinzeichnen, nach unten, also wären auch die Sinus-Alphas negativ. Und beim Tangens nochmals Wiederholung, da wissen wir es ja noch von der Steigung her, dass hier eine positive Steigung ist und im dritten Quadrant eine positive Steigung und im zweiten und vierten eine negative Steigung, also auch der Tangens negativ ist. Ich hoffe, dass jetzt der Zusammenhang einigermaßen klar ist. Jetzt kommen wir dem auch schon etwas näher. Jetzt wissen wir nämlich, wann wird der Sinus 1, minus 1, 0 und wann wird es der Cosinus. Wir wissen, dass sie sich in diesen beiden Intervallgrenzen bewegen. Und das ist jetzt der Weg dazu, dass wir das Ganze dann auch als Funktion anschauen können. Das kommt in einem der nächsten Videos.